wir sind immer noch wieder da ihr habt im letzten video gesehen er steht wahrhaftig immer noch neben mir ich bin nicht weggegangen der wunderschöne Otto ich bin nicht weggelaufen geht nicht aber was ich auch sagen muss das design wo deine frisur gerade so hingeht Hackspoiler also muss ich sagen irgendwer muss den Fokuhila wieder zurückbringen irgendwer muss einfach machen ich habe schon so oft überlegt aber ich habe so komische glatte Haare ich schaue dann aus wie jetzt von New Kids dem Typ mit den langen Haaren da schaue ich aus wie so ein Hardcore ich glaube wir reden mal kurz ein bisschen über dich über deine Geschichte über deine Autos du hast voll Bock auf Autos schon sein Instagram-Channel falls sich niemand nicht kennt wir blenden ihn mal hier ein ja no half cents ist glaube ich so das Motto oder bei dir ja schon meistens du bist wie im letzten Video falls es jemand nicht geguckt hat 24 24 ja 24 schau nicht raus aber ich bin 24 erste jetzt mal unterscheid ist die erste blöde Frage ich weiß gar nicht ob ich es stellen darf aber also ich weiß wie es ist jemand guckt deinen Channel an der Typ okay der Typ und die Autos was macht denn der Alter wie zur Hölle mit 24 ich bin ich muss sagen ich sage jetzt ich bin Student aber ich habe halt Glück gehabt in einer Familie geboren zu werden die mir das alles ermöglicht und ja also meine Familie ist sehr unterstützend wie man sehen kann aber ist ja auch nicht schlimm nein ich meine ich denke wenn jeder der in der Situation wäre würde es gleich machen auf jeden Fall ja sagen immer viele muss man denn in dem Alter aber ganz ehrlich wärst du 24 und weißt das ich Betrag X brauchen wir es gar nicht nennen aber hättest die Möglichkeit ne würdest du wer würde dann Corsa fahren wer würde okay jetzt nichts gegen Corsa aber ihr wisst was ich meine das ist einfach so so oft hörst du das auch irgendwo als wenn du an Wörter sie bist gibt es natürlich viele die sagen dann ah ey saugeil der Typ und was er macht und dann gibt es aber natürlich auch diese wirst du bestimmt selber mitbekommen ja der kleine Pisser und ja ey ist so ist so ist ja auch nicht weil ich finde es geil muss ich ehrlich sagen beobachte das schon länger und folge dir auch schon echt lange wir haben uns übrigens kennengelernt da witzige Geschichte ich habe noch eine Weibbarze her die steht leider nicht hier weil wie damals auch macht sie ein bisschen Probleme gerade wobei es sonst eigentlich wirklich relativ standhaft ist muss ich sagen aber selbes Problem? ja nicht ganz leider bin ich Nordschleife hochgefahren auf Achse mit der Viper was eh schon eigentlich acht Stunden Fahrt und was weiß ich wie viele Kilometer komplett gestört ist und auf der Hälfte von der Strecke ist dann irgendwann einfach die Viper ausgegangen habe ich geschaut wer ist in meiner Nähe Insta-Story gemacht dann hast du dich gemeldet ich so richtig geil oder jetzt fahre ich dahin mit der Viper und dann hast du mir die Viper gefixt und wegen dieser Legende die erkund ich am nächsten Tag dann doch auf der Nordschleife die Wunden mit meiner Viper drehen und dann sogar wieder heim fahren und alles ohne Probleme so haben wir uns kennengelernt das war interessant vor allen Dingen war auch interessant ich habe es vorhin schon im Auto den Jungs gesagt weil die damals ja nicht dabei waren aber du warst ja bei mir dir folgen ja weißt ich was wieviel Abonnenten hast du aktuell? 260.000 260.000 und davon sind ja sehr sehr viele dabei die deutschlandweit und auch europaweit verstreut sind der Typ kommt bei mir auf den Hof fahren das Auto steht in der Werkstatt eine Minute macht die Haube auf kurz gucken okay ich glaube Zündung war damals irgendwas Tünnkerzenstecker irgend sowas Kontaktfehler macht eine Story wie lange hat es gedauert acht Minuten verschwunden waren vorne auf der Wendeplatte Typen ey wir sind gerade von der Arbeit mitten nachmittags um drei wir sind gerade von der Arbeit abkauen der Chef hat schon gesagt seid ihr bescheuert irgendwas ist Schäfchen bei dir blau weißt du noch das war das war sehr witz ich freue mich auch immer wieder wenn Leute zukommen und so ich bin wirklich sehr schüchtern normalerweise aber das macht mir ja schon Freude das ist aber auch immer krass so in deinen Videos und dann denkst du ja alter der Typ der muss ja der läuft quasi so rum ne und dann bist du live da ne und dann denkst du ok ok also normalerweise Dinge die du stehst du ja auch machst du einen Burner erst mal im Hof irgendwie so aber eigentlich bist du ja auch normal normal irgendwo bin ich auch normal jetzt stehen wir schon vom WD3S ja WD3S wie kommt man auf das Design? voll 80ern? ja 80ern altes Design wählend haben ja auch viele gefragt ich hätte gedacht mehr Leute kennen das aber es kannten ja auch nicht so viele weil mich viele gefragt haben was hast du mit Heizung zu tun und ich so eurer jetzt mal ohne Scheiß es ist Heizung ne? ja ja ich habe nicht gegoogelt aber ich dachte mir so ok ich kenne das nur mein Vater hat irgendwo ein paar Heizung da steht das unten drauf ja das ist mir ok wird es wahrscheinlich nicht sein aber ist ein Renn-Design ja das war damals Renn-Design nicht so eins zu eins wenn es ein bisschen abgerändert aber ich fand die Farbkombi ziemlich cool übel und ich muss sagen also mir gefällt es sehr gut wirklich was ich richtig geil finde ist dieses der Verlauf am Dach ja also 3D ja 3D 3D machen wir es ja ok frontal das Auto ist mega allein schon weil es ein GD3S ist also da braucht man gar nicht mehr so sagen der ist auch in weiß in rot und in grün geil aber so natürlich ursprünglich ist er schwarz gewesen komplett und das war dann doch irgendwie ein bisschen langweilig wie es von Ferrari zwischen Sachen langweilig muss ich auch mal schauen vielleicht das Freibund machen sonst ist Serie? ja komplett sehr gut ok aber ganz ehrlich wie der 3S was willst du jetzt sagen? nein die Auspuff höchstes noch aber da warte ich jetzt noch bis die Garantie ausläuft und dann schauen wir weiter Shark Exos oder sowas? irgendwas was ein bisschen laut ist vielleicht jetzt schon sehr reißig aber brutales Auto das ist übrigens also so habe ich es jetzt aufgefasst ist aktuell dein neues Merkmal Logo sehr guter Freund von mir ist eben Karpiker und der liebt solche Spielereien wo ich ihm sehr dankbar bin dafür und ist ja auch geil ne? weil jeder denkt das ist ja voll Kindergarten aber ganz ehrlich wer hat es? weißt du? das ist schon geil ja cool ja dann Mitsubishi Evo wirklich eins meiner absoluten Lieblingsautos ich bin noch sehr stark im überlegen noch einen zweiten Evo mitzuholen was einfach so geil ist 5er RS 1998 war ja wenige Kilometer die RS Modelle sind eigentlich relativ selten vor allem als Linkslenker ein echter originaler RS ja der original RS also RS heißt im Rallye Sport das heißt vorne hinten sperrtief leichter als der normale und anders übersetzt viel kürzer übersetzt vor allem im Winter im Schnee einfach das geilste zu fahren überhaupt das macht wirklich sehr viel Spaß also ja fährst du Spikes aus dem Auto rum? habe ich eigentlich irgendwo rumliegen ja ich weiß nicht genau wo aber die liegen seit zwei Jahren bei mir in der Garage und das ist eigentlich nie so wirklich gewesen dass ich gesagt habe ich brauche jetzt die Spikes also die liegen einfach nur rum ich fahre eigentlich normale Winterreifen gut Allrad mit guten Winterreifen allrad mit guten Winterreifen wiegt ja auch nichts dieser Art was ich dich fragen wollte was echt immer interessant ist weil wir hatten auch das ein oder andere Auto da was weiß ich was McLaren AMG GTR und dann machst du da Videos die haben ganz gute Reichweite und dann kommt ein E46 M3 ein E36 M3 ein was weiß ich ein Evo oder eine Supra und die Leute gehen geisteskrank darauf ab aber alles wo du eigentlich denkst boah das Auto kostet eine Viertel halbe Million weißt du das muss richtig ja es ist einfach Fakt das interessiert keinen eigentlich so krass ich muss auch sagen so ich habe ja noch den E290 M3 G-Power und R35 GTR und die Weidbahn die stehen heute nicht da und noch ein Viertes wann kommt das wieder was ungefähr ich habe noch ein Viertes Auto wir haben wir haben uns im Auto unterhalten dann habe ich letztens mal von dir so mitbekommen es gibt noch was ja ok pass auf wir machen es so du sagst mich jetzt kurz so äh fuck ich hab das nicht wir haben uns über das Auto unterhalten vor letzte oder vorletzte Woche habe ich dir noch hey das wäre auch geil und dann ich habe es im Auto stimmt habe ich es vorher ok ok geil oh da könnt ihr euch noch was gefasst machen der wird auch richtig krass abgeht wir hatten ja so im letzten oder vorletzten Video haben wir so einen Drink gehabt F34 3 äh ist wurscht es ist ein F30 der Wiesbeck 2 egal jetzt ist das wurscht mit richtig wenigen Kilometern dazu aber der braucht ein bisschen Lack und sowas also dass der Autozeit lang bis der fertig wird woher kommt der? Deutschland eigentlich aber der wurde so aus Japan importiert und dann rechtslenker rechtslenker will ich auch rechtslenker lassen das geht einfach in das Auto finde ich original Airbus 26 drin ja aber wahrscheinlich mit Leistung ja wird jetzt dann Leistung gemacht eben Leistung, Lack, Zettchen und Bodykit finde ich gerade irgendwie drauf schon einfach geil aus das dauert halt jetzt eine Zeit lang weil er ist Silber der Lacker ist dann nicht so gut aber sonst ist er in einem echt guten Zustand du kriegst es ja live auf Instagram mit auf deinem Channel ist schon so dass die ich sag mal jetzt das weiß ich auch wieder blöd an diese abgefuckteren alten Kisten mehr polarisieren als wenn man mit einem 480 50er so ankommt das wollte ich eigentlich gerade sagen erstens das ist ja auch es ist cool zum fahren auf gar keinen Fall ja gar keine Frage aber 2015er 15er 458 Spezial ja Novitec huuuu Novitec Carbonteile Bodykit Auspuff ist sehr laut wirklich sehr laut ich muss sagen aus meiner früheren Berufskarriere das war täglich Brot diese Autos ja es ist aber trotzdem ja meines handels eine Hilfsluhle oder irgendwas die Karre ist geil ist einfach so scheiß Ferrari ich muss sagen inzwischen ist es wirklich bei mir so dass ich so alte Autos vor allem auch alte Japaner eigentlich inzwischen da sind in meinem Herzen und sagen das ist witzig zum fahren aber das ist einfach 10.000 witziger und Evo E46 E92 das macht mich einfach da sitzt ich drin und lach die ganze Zeit und da sitzt ich drin und denk mal so ab und zu ja weißt weißt was das geilste an der Stelle ist dass du einfach jemand bist der wirklich Autos hat für Tal X egal ihr wisst was sowas kostet aber du kannst jedes Auto fahren wann du willst wann du magst wie laut und wie schnell und sagst trotzdem dass einfach das alte Zeug geiler ist ja sonst sagen viele immer ja die neuen Autos sind ja eigentlich scheiße gut kann ich nicht sagen wenn du nie ein GT3 S gefahren bin das ist auch ein cooles Auto aber das aus deinem Mund du ja wirklich täglich die Möglichkeit hast ist wieder der Beweis dass es einfach voll dahin geht also die es ist halt eine Geschmackssache für jeden wenn ich jetzt auf einem Sportwagen treffen fahre also ist es natürlich schon witzig und da wieder hinzufahren als mit Evo aber so zum Spaß haben zum Rückkehr fahren vom Auto an sich macht es halt einfach irgendwie 10.000 witziger Spaß für mich ok was gibt es nichts zu sagen ich würde mal wahrscheinlich schätzen ein KW bei Novitec ist auch noch drin einfach nur die Gewinnerfährung von Novitec ok genau weil er ja erinnert mäßig schon gewinnert und er hat noch gewinnert Fehler dazugegeben ja was ich sage hier ist auch schön ja also die die Viper ACR ich weiß nicht vielleicht Foto reinblenden oder so aber es schaut schon Org aus auf Foto schaut es nicht so Org aus wie in Echt du hast sie ja in Echt gesehen ich meine damals war er noch relativ hoch und hat noch keinen Auslauf gehabt und so inzwischen ist er schon es schaut einfach Org aus und ich muss sagen bei der Viper ACR das ist eben eine gute Mischung aus eben so alte Scheißhäuser sozusagen ja unter einem Sportwagen weil du sitzt drin und du musst wirklich arbeiten bei der Viper ACR also das ist ein GT3S gemischt mit einem Evo theoretisch ja ich verstehe vor allem das fragt mich auch immer jeder ja wie kannst du mit der Viper fahren das fährt doch so scheiße aber das ist einfach die Viper ist glaube ich das einzige Auto aus Amerika was wirklich richtig krank fährt mit dem Repool Ring bin ich schon zweimal gefahren mit der Viper und in den Kurven das glaubst du gar nicht du klebst den GT3S und sowas so hinten drauf in den Kurven weil du viel schneller durch die Kurven durchkommst weil das so einen Grip hat das ist brutal normalerweise hast du ja immer die Ami schleudern die Königs mit ihren Blattfedern seit 100 Jahren das ist echt also wirklich das ist so asozial und der Diffusor der geht ja in der Mitte weg du sitzt dann am Repool Ring sitzt du auf du hörst einfach den Diffusor unten wie einfach wirklich der einzige wo du halt ein bisschen langsamer bist ist dann weil es halt eben zum schalten ist die Schaltvorgänge gehen halt vom GT3S 10 aber erstmal schneller aber dafür sitzt du in der Viper drin und denkst einfach nur so Alter ich bin der fucking Oberchef weil ich fahre da grad mit meiner Todesschleuder ich will den Repool Ring oder woher wo du das nicht hochkrieg Nordschleife bist du auch schon gefahren das war ja damals als du bei mir warst ja weiter ist schon also muss ich ehrlich sagen optisch ist nicht ich würde sie mir nicht kaufen aber es ist ein geiles Auto also ich muss sagen wir sind damals glaube ich drei Kilometer gefahren wo du bei mir warst mal kurz so zum testen also das war schon krass wie wie soll man sagen wie raw wie es fühlt sich halt wirklich mit einer Schlange kämpfen wie eine Mischung aus Huhn und Fisch wie eine Mischung aus Huhn und Fisch wo ist der Rest wenn die Fragen doch alles kaputt nee nein der G-Power wartet mal auf Teile Corona du weißt vom ok du warst ewig lang auf Teile der Raptor steht draußen vor der Garage da wartet mal witzigerweise auch auf Teile der wird auch umgebaut ähm GTR habe ich gerade Service gemacht jetzt nach dem Winter weil ich bin ja im Winter gefahren auch ähm und die Viper hat leider muss man sagen Motorprobleme gemacht am Recurring weil wir eventuell ein bisschen zu wenig Öl drin gehabt haben huh dann mit links rechts und so Ölpumpe immer kurz Luft gesaugt oder sowas wir wissen es nicht hundertprozentig wir schätzen das jetzt noch nur wir sind noch nicht dazu gekommen zum Ansparen aber die Viper ist im Moment außergewächt sonst die anderen Autos warten dann auf Teile was muss dann M3 machen M3 habe ich eigentlich relativ viel und das ist das Problem weil relativ viel heißt dann dass irgendein Teil fehlt und dann will aber bleibt Kompressor ja Kompressor bleibt wir haben Ölkühler an anderen Netzen drinnen Käfig von Schirla gibt es ja dieses Tendl mit G-Kit ich weiß nicht genau für die Hinteröchse vorne und hinten glaub ich ist das also du machst komplett ja komplett das soll auch richtig fahren dann ne Auspuff also noch Carbon-Teile hier und da irgendwas hab ich sicher vergessen aber cool cool ja viel ist vor ja nice okay ja das war's zum Motto aka Schäfchen ich hoffe euch hat das Video gefallen übrigens vielen Dank dass wir hier in deinen ich sag mal heiligen Hallen filmen durften danke für die Einladung mega cooler Typ wer noch nicht folgt sofort abonnieren sonst dann würde ich sagen macht's gut viel Spaß und dein Reise haha ja wassup with it do it cuz I love it and I stuck with it we ain't with the subbing in the cut with it please none of talks I heard enough of it like what you gonna do where you at who you with you ain't really bout this don't talk about it really on the move on the map never slip keep your hands to your lips don't talk about it real eyes real eyes real eyes all the time stand on it and if we said it we don't walk around it loose lips ain't ships red cup blue strips new phone who dis no we don't allow it really on go I don't know what's a off day now we on road came from smoking in the hallway now we got shows boy it's feeling like Broadway always look both ways even on the crossway driving down cross bay out town Barclays really on big teams came up a small way championship rings baby that's a ball game oh she want a lil bag baby that's small change yeah that money talk if we ain't cool then cut me off breaking news don't run your mouth thought it was a plug now he running off thought it was a plug now he running off what you gonna do where you at who you with you ain't really about this don't talk about it really on the move on the map never slip keep your hands to your lips don't talk about it real eyes real eyes real eyes all the time stand on it